So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO, bzw. willkommen zum dritten Video, das was direkt uns morgen auch betrifft, denn morgen startet auch ein neues Event, jetzt habe ich kurz eins vom C-Day gemacht, hat noch Zeit, äh, Raid Boss, morgen wird es, äh, ein Community Raid geben, wieder vor Ort mit Video, neuer Raid Boss, das ist auch das allererste Mal für mich, dass wir den raiden, aber es gibt noch einen Riesenartikel komplett über die Season of Aloha, was sich da insgesamt ändert, denn die Season of Aloha dauert ja jetzt auch wieder drei Monate, Monate vom 1. März bis 1. Juni, was hier alles abgeht, was für Pokémon generell eigentlich erscheinen, was während der ganzen Season auch dann, äh, in Raids rumspringt, in Eiern sich tut, also das sind auf jeden Fall interessante Artikel, ihr müsstet euch auch mal auf der Pokémon-Go-Live.com-Seite das alles reinziehen, um das alles zu verstehen, man vergisst ja auch alles, hier sind die nächsten, in dieser ganzen Sparte, die nächsten drei C-Days, die Daten stehen ja schon fest, den ersten wissen wir hier, ihr könnt, es ist alles verlinkt, ihr könnt hier draufdrücken, kommt da zum nächsten, da, bye und überhaupt, auch alles, was sich in den Eiern tut, das ist so unglaublich umfangreich, aber schön dargestellt und aufgeschlüsselt, das würde euer Gehirn sprengen, also konzentrieren wir uns ganz kurz mal auf das Event, was morgen startet, mit der Alola-Jahreszeit begrüßen wir weitere Alola-Pokémon, denn, morgen gibt es ein Event, willkommen in Alola, ab 1. März, 10 Uhr, mit folgenden wilden Pokémon, jetzt wird's mega krass, Dienstag, 1. März, 10 Uhr, bis Mittwoch, 9. März, 20 Uhr, wilde Pokémon, die folgenden Pokémon werden zur Feier der Ankunft, neue Alola-Pokémon, häufiger in der Wildnis erscheinen, Bautz, Flamjau, Robbal, das also wohl die drei Starter, was mich natürlich interessieren würde, welchen Starter feiert ihr am meisten, schreibt's mal rein, also Robbal, Flamjau, Bautz, kenne ich jetzt nur von den McDonalds-Karten, sonst habe ich mit denen noch gar nichts zu tun gehabt, die werden auf jeden Fall gefangen, als Hunderter, die werden entwickelt, die werden komplett, also alles, was man hat, Pepeg, ja, das ist halt, sieht aus wie ein, sieht aus wie ein Taubsi, ne, sie ist ein Specht, müsste ein Specht sein, Pepeg, der Specht, und Mangonior, 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 ist ein, ein Otter, erinnert mich ein bisschen an Barmelin, wild, und direkt mit Shiny-Einführung, also, wir haben direkt, nicht nur die drei Starter und das Fake-Taubsi als Specht, wir haben auch gleich noch ein, etwas, was nervt, könnte ich jetzt schon mir vorstellen, dass das nervt, aber als Shiny eingeführt wird, direkt beim Start, eine tropische Sammler-Herausforderung, bei dieser Sammler-Herausforderung müsst ihr euch Pokémon aus der Alola-Region schnappen, wenn ihr die Herausforderung meistert, macht ihr Fortschritt bei eurer Top-Sammler-Medaille, verdient 7000 EB und erhaltet 15 Hyperbälle, sollte nicht so schwer sein, wenn das alles in der Wildnis erscheint, dass man das alles, ähm, fängt, und hier, wohl dann auch, die Entwicklung, kann man sicherlich auch fangen, oder halt entwickeln, aber man müsste es fangen, damit das dazu zählt, hier steht irgendwas, halt durch Entwicklung, aber irgendwo ist da kein Dings dran, oder? Da ist, denke ich mal, kannst du so in der Wildnis einfach fangen, Magnuspector, Manguspector, also die Entwicklung von Mangunior, das wird so kompliziert mit den Namen, ich kenne das, wie gesagt, alles nicht, und die sind einfach total neu, und wenn ihr irgendwas erzählt, weiß ich eh nicht, was ihr meint, also Starter, neues Shiny, wunderbar, Raid-Kämpfe, und jetzt wird's auch noch mega spannend, in den Einer-Raids, ich seh jetzt schon, die Einer-Raids sind interessanter als die Dreier-Raids, in den Einer-Raids wird es dann während des Events geben, Knofenzer, Snubbull, Funpy, Fritzlblitz, und neu Wuffels, das erste Mal, dass Wuffels da ist, und auch Wuffels kann direkt Shiny sein im Einer-Raid, der Rest kann auch Shiny sein, Funpy, Shiny jetzt mittlerweile, wer keinen Funpy zur Jodo-Tour bekommen hat, der würde sich sicherlich für Funpy-Raids interessieren, Ich finde Wuffels interessant, ich glaube, ich werde morgen auch direkt, abends, einen Shiny-Hunt machen, mit dem kleinen Account, auf Wuffels, wenn Wuffels nicht wild erscheint, sondern wirklich erstmal in die Einer-Raids gepackt wird, wie Klick, Shiny-Look, sonst was, werde ich vielleicht Wuffels-Raids machen, und das Shiny suchen, mit dem kleinen Account, und euch mitnehmen, wenn ihr Bock habt, statt der Spotlight-Stunde morgen, also Wuffels-Raids, würde mich interessieren, Dreier-Raids, Alola Raichu, ist das Einzige, was Shiny sein kann, im Dreier-Raid, ist aber schon so lange drin, wer jetzt dann noch keins hat, dem kann es auch nicht mehr helfen, Nidoqueen, Knuddeluff, Alola Georock, finde ich jetzt alle nicht so interessant, dann lieber, wahrscheinlich, Funpy, für viele, was interessant wäre, oder eben Wuffels, was für jeden interessant sein muss, Fünfer-Raid, Kaburiki, wäre was fürs Wochenende, sicherlich, für Raids für Zuschauer, morgen für den Community-Raid, Mittwoch für die Raid-Stunde, und vielleicht können wir mal gucken, ich bin jetzt auf den Geschmack gekommen, Donnerstag vielleicht mal einen längeren Stream zu machen, tagsüber schon gestartet, dass wir morgen ein bisschen uns mit Wuffels die Zeit vertreiben, Donnerstag vielleicht mal einen längeren Kaburiki für die Leute anbieten, die den jetzt neu haben wollen, ich denke mal, der Antrag wird nicht so extrem sein, dann, weil jeder vielleicht einen Raid macht, sich den gönnen, und das war's dann, und Mega-Raids, Mega-Bisa-Flor, denke ich mal, wird auch erstmal uninteressant sein. Meine Favoriten also, Kaburiki mit dem täglichen Pass, mit den kleinen Accounts Wuffels, Shiny-Jagd, und auf dem Haupt-Account natürlich die neuen Pokémon mitnehmen, Bonbons sammeln, alles, was man da so hat, Pokémon bei Feldforschungen habt ihr auch, aus den Feldforschungen häufiger Pepec, und Mangunior, was ja eben auch Shiny sein kann, also zwei neue Shinies und die ganzen Alola-Starter, beziehungsweise eigentlich vier neue Shinies, weil Wuffels kannst du sicherlich auch entwickeln, und den Kollegen hier oben kannst du auch entwickeln, also vier neue Shinies, schon mal jetzt, dann, morgen, gleich, direkt, also, das ist doch eine gute Nachricht, dann ist der Artikel eigentlich auch schon zu Ende hier, das ist das, was ab morgen zählt. Gibt's hier noch irgendwas Interessantes? Die Jahreszeiten Boni sind für viele vielleicht noch interessant, die jetzt die drei Monate gilden, zusätzlich gesteigerte Rauchwirksamkeit beim Gehen, erhöhter Schaden durch eigene Pokémon in Fan-Raid kämpfen, eigene Pokémon, ja, ich kämpfe immer mit fremden Pokémon, garantierte Geschenke durch das Drehen von Pokestops, bis zu zwei kostenlose Raid-Pässe pro Tag für das Drehen der Fotoscheiben von Arenen, Rauch hält 90 Minuten lang an, das ist genial, das heißt, die nächsten drei Monate haben wir 90 Minuten lang Rauch statt 60 Minuten, haben drei Monate lang zwei kostenlose Raid-Pässe, garantierte Geschenke, was ich immer sehr nützlich finde, damit ich weiß, ob ich jetzt überhaupt noch Geschenke kriegen kann oder nicht, weil manchmal dreht ihr zehn Stops und kriegt dann nur zwei Geschenke, und wenn ihr bei jedem Stop garantiert ein Geschenk kriegt und ihr kriegt keins mehr, wisst ihr, ihr habt eure 100 schon verschickt und erhöhter Schaden, Fan-Rader dann nicht mehr irgendwann, aber das lassen sie ja erstmal so, es bleibt also alles beim Gleichen, nur ihr kriegt zusätzlich noch mehr Rauchwirksamkeit, noch mehr Rauchlänge und noch mehr freie Pässe, also besser geht's doch nicht. Habt ihr Bock auf morgen? Schreibt's mir rein, hier sehe ich jetzt zwei Kilometer Eier, wo dann halt auch da die Alolas drin sind, die neuen Shinies da, was steht hier bei fünf, Rabauts in den fünf Kilometer Eiern, interessant, wer da noch keins bekommen hat, zehn Kilometer Eier, Psi-Yau, aha, aber auch Wuflitz, Wuflitz würde in die zehn Kilometer Eier gehen, da werde ich lieber raiden, ich werde da raiden und dann passt das. Und ansonsten haben wir hier, uninteressant, gut, zehn Kilometer, uninteressant, all das in der heftigen Pokémon drin, es sind viel zu viele Infos überall und jetzt muss ich mich beeilen, ich habe nur noch zehn Minuten, muss das auch noch hochladen. Habt ihr Bock morgen auf die Alola Starter? Habt ihr Bock auf die Raids? Werdet ihr dabei sein, wenn wir Wuflitz vielleicht raiden und das Shiny suchen? Ich weiß, man hat jetzt schon so viel reingecashed, dann da wieder so viel Raid-Pässe. Müsst ihr nicht, ich beat's dort, ich werde es auf jeden Fall suchen, wer Bock hat, kann ja gucken, ob ich es kriege. Ansonsten war es das von meiner Seite aus, wir sehen uns gleich bei Chill mit Ramses, bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses, morgen 10 Uhr, neues Event, neuer Raid-Boss, alles neu, alles fett, alles brutal und zwei Raid-Pässe täglich weiterhin. Ciao.